Moin und Herzlich Willkommen zu diesem Video. Also, ich bin jetzt hier am Rhein. Ähm, da kann man Sterne reinwerfen. Ne, da war es lustig. Ne, ähm, ja auf jeden Fall, ja, ich seh's ja in der Beschreibung, wo ich genau bin. Das hört sich grad spontan nicht ein. Genau, auf jeden Fall machen wir jetzt einen OKW-Scannen. Ja, genau. Hier ist es, wo wir auf dem Travall. Es ist die Priorität! Das ist die neue Idee! Das ist die Mehrheit. Das ist das die Mehrheit. Das ist die Mehrheit. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. 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 Also ich finde, meine Meinung, die französischen Sender generell haben so einen geilen Sound. Ich finde das so laut, so klar einfach. Ich finde das in Deutschland irgendwie Katastrophe. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. 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 Wir sind bei einer Sache, die uns interessiert. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Aujourd'hui, on a pu reprendre... On a pu reprendre, on a pu reprendre, on a pu reprendre, on a pu reprendre... On arrive à ça. On a pu reprendre, on a pu reprendre, on a pu reprendre. On a pu reprendre, on a pu reprendre. On revient à toute la plage, moi direct je dis, allez les gars, moi je fais mes doux. On a pu reprendre, on a pu reprendre, on a pu reprendre. Donc, c'était surtout... So, danke für die Zukunft, das war's auch schon wieder. Was mir auch gefallen ist, ich hab vorher bisschen Energy gehört, also New York, äh, von Frankreich, ne? Die machen keine damit dynamisches RDS mehr. Ich mein, vor paar Jahren haben sie es noch gemacht. Mit Titelanzeige und so. Aber irgendwann ist sie jetzt auch eingestellt, naja. Gut. Danke für's zu gucken. Bitte nicht mal und ciao. Bye-bye. Bye-bye.